Heute für euch, jede magische Schule in der Zaubererwelt erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video reisen wir über die Grenzen des Vereinigten Königreichs hinaus und werfen einen Blick auf die globale Zauberergemeinschaft. In den Harry Potter Büchern und Filmen beschränken wir uns mehr oder weniger auf einige Orte im Vereinigten Königreich und das war dann auch schon die erste Einführung in der Harry Potter Zaubererwelt. Als jedoch die fantastischen Tierwesenfilme herauskamen, begann sich die Zaubererwelt, wie wir sie kennen, zu erweitern und uns neue Länder und magische Orte zu zeigen. Ich habe es immer wieder von euch mitbekommen, dass ihr euch mehr Infos über andere Zaubererschulen wünscht und so sei es. Da wir immer mehr über andere Zaubererländer erfahren, finde ich es besonders interessant, wie sich die Kultur der Zauberer von Ort zu Ort unterscheidet. Und im heutigen Video werde ich auf einen besonderen Aspekt dieser Kultur eingehen, das Schulsystem. Denn Hogwarts, auch wenn sie womöglich die beste Schule ist, ist nicht die einzige Option für Hexen und Zauberer rund um den Globus. Heute möchte ich euch die Augen für die anderen Schulen öffnen, zumindest für die, von denen wir wissen und über die wir Informationen haben. Wie sich herausstellt, gibt es insgesamt elf etablierte Zauberschulen, zumindest elf, die offiziell bei der Internationalen Konföderation der Zauberer registriert sind. Heute werde ich euch acht davon vorstellen, da wir nur über diese acht Informationen haben. Ich weiß, was du jetzt vielleicht denkst. Elf Schulen? Für die ganze Welt? Ist das nicht ein bisschen wenig? Ja, du hast zwar recht, das ist echt wenig, auf die ganze Welt betrachtet, aber dafür gibt es eine sehr gute und logische Erklärung. Die meisten magischen Gemeinschaften entscheiden sich dafür, junge Hexen und Zauberer zu Hause zu unterrichten. Deshalb gibt es im Vergleich zur Anzahl der Länder auch so wenige Schulen. Alternativ dazu können einige Hexen und Zauberer auch Fernkurse belegen. Es gibt also elf offizielle Zauberschulen, ein paar inoffizielle Schulen und eine beträchtliche Anzahl von Schülern, die zu Hause unterrichtet werden. Zu acht Schulen haben wir Infos. Jetzt bleibt nur noch die Frage zu beantworten, was sind diese acht Schulen? In welchen Ländern gibt es sie und wie unterscheiden sie sich von Hogwarts? Die erste Schule ist folgende. Koldovs Tvorets Koldovs Tvorets ist die Zauberschule Russlands, eine von elf Schulen in der internationalen Konföderation der Zauberer. Der Name setzt sich aus den russischen Wörtern Koldovs Tvorets für Hexerei und Tvorets, was Schöpfer bedeutet, zusammen. Wenn wir beide Wörter übereinander legen, ergeben sie ein Portmanteau, das der Schöpfer, der Magie bedeutet. Das macht durchaus Sinn für eine Zauberschule. Es gibt nicht viele Informationen über diese Schule und das liegt einfach daran, dass J.K. Rowling, obwohl sie die Schule in die offizielle Liste der Zauberschulen aufgenommen hat, beschloss, keine zusätzlichen Informationen über diese besondere akademische Einrichtung zu veröffentlichen. Dieser Mangel an Informationen hat die Fans jedoch dazu gezwungen, besonders kreativ zu werden. Das Ergebnis sind folgende von Fans veröffentlichten und nicht offiziellen Details über die Schule. Darunter folgendes. Die Schule befindet sich an einem versteckten Abschnitt des Ladoga-Sees, einem Süßwassersee im Nordwesten Russlands. Die Schule ist von einer schützenden Barriere umgeben und die Schule hat ein Haussystem, wobei die Häuser stattdessen als Höfe bezeichnet werden, was ähnlich wie das Hogwarts-Haus-System funktioniert. Die einzige Kanoninformation, die wir über die Schule haben, ist, dass sie ihre eigene Version von Quidditch haben, bei der sie nicht auf Besen fliegen, sondern auf ganzen entwurzelten Bäumen. Als nächste Schule auf unserer Liste haben wir Durmstrang. Durmstrang, von dem hast du wahrscheinlich schon gehört. Sie hat den düstersten Ruf aller Zauberschulen und war einst die Heimat des berüchtigten dunklen Zauberers Gellert Grindewald, bevor er wegen Experimenten mit dunkler Magie von der Schule verwiesen wurde. Abgesehen von den Schülern und dem Personal der Schule weiß niemand genau, wo Durmstrang liegt. Außer, dass es irgendwo im hohen Norden Europas liegt. Der Grund dafür ist, dass die Besucher der Schule sich einem Erinnerungszauber unterziehen müssen, um ihr Wissen darüber zu löschen, wie sie dorthin gelangt sind. Laut Pottermore sprechen die Besucher von der Schule aber von einem riesigen, weitläufigen Gelände mit vielen atemberaubenden Aussichten, nicht zuletzt von dem großen, dunklen, gespenstischen Schiff, das auf einem Bergsee hinter der Schule vor Anker liegt und vor dem die Schüler im Sommer tauchen. Durmstrang wurde ursprünglich im Mittelalter von einer bulgarischen Hexe namens Nerida Vulcanova gegründet. Sie leitete die Schule erfolgreich bis zu ihrem mysteriösen Tod, woraufhin sie von Harfeng Manta abgelöst wurde, einem Zauberer, der den Ruf der Schule auf den Schwerpunkt der Kampfmagie lenkte. Später in der Zukunft der Schule wurde der dunkle Zauberer und ehemalige Todesser Igao Karkaroff Schulleiter, der eine Kultur der Angst und Einschüchterung förderte und so trug er natürlich richtig toll zum dunklen Ruf der Schule bei. Nachdem Karkaroff die Macht übernommen hatte, zogen viele Eltern ihre Schüler von der Schule ab. Die Schüler von Durmstrang trugen Pelzmäntel, Pelzhüte und blutrote Roben. Als nächste Zauberschule haben wir Castello Bruxo. Castello Bruxo ist eine brasilianische Zauberschule inmitten des Amazonas-Regenwaldes im Norden Brasiliens und sie beherbergt Schüler aus ganz Südamerika. Die Schule selbst ist genauso alt wie Hogwarts, zumindest laut Pottermore, und wurde 500 Jahre vor der Kolonialisierung gegründet. Die physische Struktur der Schule bildet ein imposantes Quadrat aus goldenen Felsen, die an einen Tempel erinnern. Aber für Muggelaugen ist die Schule nur ein Haufen Ruinen, geschützt durch Zaubersprüche, ähnlich wie Hogwarts. Laut Pottermore wird das Schulgelände von Kaipura bewacht. Klein, pelzigen Geistwesen, die über die Schule und die Kreaturen im Wald rund um die Schule wachen. Wie in Hogwarts tragen auch die südamerikanischen Schüler von Castello Bruxo eine Uniform. Es wurde auch zum Ausdruck gebracht, dass die Schüler der Schule besonders versiert in den Fächern Kräuterkunde und Magizologie sind. Die Schulleiterin von Castello Bruxo ist Benedita Durado. Als nächstes haben wir Ilva Morny. 2016 veröffentlichte J.K. Rowling eine längere Herkunftsgeschichte über die Ilva Morny-Schule. Die Ilva Morny-Schule für Hexerei und Zauberei ist die bedeutendste amerikanische Zauberschule. Die Schule wurde im 17. Jahrhundert von einer Einwandererfamilie gegründet. Wie auch in der britischen Schule Hogwarts werden die Schüler dort in vier Häuser zugeteilt. Alle Schüler tragen eine Uniform in den Farben Blau und Rot. Die Häuser sind folgende. Donnervogel, Wampus, gehörende Schlange und Puck-Wookt-Gee. Sie steht auf dem höchsten Gipfel des Mount Greylock, wo sie vor den Blicken der Nicht-Magier verborgen ist. Ja, die Amerikaner nennen Mogeln Nomadges, also Nicht-Magier. Die Schule begann damit, dass Isoldt und James ihre Adoptivkinder, also das ist die Einwandererfamilie, einfach in einer kleinen Hütte unterrichteten. Aber im Laufe der Jahre wuchs ihr Betrieb und wurde schließlich zu einer vollwertigen Bildungseinrichtung. Per Pottermore. Der Ruf von Ilva Morny wuchs im Laufe der Jahre immer weiter. Und schließlich wurde es zu einem Internat, das Schüler aus ganz Nordamerika aufnahmen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wurden mehr Lehrer eingestellt und das Haus wurde zu einem Schloss ausgebaut. Im 19. Jahrhundert hatte die Schule einen internationalen Ruf erlangt. Und in den 1920er Jahren galt sie als eine der besten Zauberschulen der Welt. Der derzeitige Schulleiter von Ilva Morny ist Algebert Fontaine. Und Isoldt und James wurden beide über 100 Jahre alt. Sie hatten gesehen, wie die Hütte von Ilva Morny zu einem Schloss aus Granit wurde. Und sie starben mit dem Wissen, dass ihre Schule so berühmt war, dass magische Familien in ganz Nordamerika danach drängten, ihre Kinder dorthin zu schicken. Als nächstes haben wir Mahutokoru. Mahutokoru ist die japanische Zauberschule, die sich auf dem höchsten Punkt der vulkanischen Insel Minami Iwo Jima befindet. Es ist nicht wirklich bekannt, wann genau die Schule gegründet wurde, aber viele spekulieren, dass sie eine der ältesten Zauberschulen ist und sie wird nur als uralt bezeichnet. Diese japanische Schule hat die kleinste Schülerschaft der elf großen Zauberschulen und nimmt sogar schon Schüler ab dem Alter von sieben Jahren auf. Der kunstvolle und exquisite Palast von Mahutokoru ist aus Hammelfet-Jade gefertigt. Meiner Meinung nach hat Mahutokoru die interessanteste Kleiderordnung von allen Schulen, da die Farben und Größen der Roben, die sie tragen, von Natur aus dynamisch sind. Dies wird auf Pottermore wie folgt beschrieben. Die Schüler erhalten bei ihrer Ankunft verzauberte Roben, die mit ihrer Größe verwachsen und sich mit zunehmender Bildung des Trägers allmählich verfärben. Wenn der Schüler Bestnoten hat, färbt sich die Robe Gold. Und wenn die Roben weiß werden, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Schüler den japanischen Kodex der japanischen Zauberer verraten und illegale Praktiken angewandt hat oder das internationale Geheimhaltungsstatut gebrochen hat. Das Weißwerden der Robe ist eine schreckliche Schande, die zum sofortigen Ausschluss von der Schule führt und ein Verfahren vor dem japanischen Ministerium für Zauberei nach sich zieht. Die Schüler der Schule benutzen in der Regel Zauberstäbe aus Kirschholz und die Schule selbst ist bekannt für ihre beeindruckenden akademischen Leistungen und ihren hervorragenden Ruf für Quidditch. Interessanterweise ist dies trotz der kleinen Schüleranzahl die einzige bekannte Schule Asiens, was darauf hindeuten könnte, dass auch einige asiatische Hexen und Zauberer die Schule in Russland besuchen. Die nächste Schule auf unserer Liste ist Uagadu. Uagadu ist eine Zauberschule in den sogenannten Mondbergen in Afrika. Die Mondberge befinden sich in Uganda an der Quelle des Nils. Die Schule, die in einer Bergkette liegt, wurde als atemberaubendes, in den Bergkern gehauenes Gebäude beschrieben, das im Nebel gehüllt ist, sodass es manchmal einfach aussieht, als würde es in der Luft schweben. Das genaue Gründungsjahr der Schule ist unbekannt. Wir wissen jedoch, dass die Schule schon seit über 1000 Jahren existiert, also ähnlich alt ist wie Hogwarts. Trotz vieler anderer kleiner Zauberschulen, die im Laufe der Jahrhunderte überall in Afrika entstanden sind, ist Uagadu die einzige, die den Test der Zeit überstanden hat. Sie ist die größte Zaubererschule in Afrika und sogar auf der Welt. Die Schüler erhalten die Nachricht, dass sie in Uagadu aufgenommen worden sind, von Traumboten, die vom Schulleiter oder der Schulleiterin des jeweiligen Tages geschickt werden. Der Traumbote erscheint den Kindern, während sie schlafen und hinterlässt ein Zeichen, normalerweise einen beschrifteten Stein, den das Kind beim Aufwachen in der Hand hält. Den Schülern von Uagadu wird nachgesagt, dass sie sich besonders gut in den Bereichen Astronomie, Alchemie, Selbstverklärung und zauberstablosen Magie auskennen. Da der Zauberstab in erster Linie eine europäische Erfindung war, lernten die Hexen und Zauberer Afrikas ihre Magie ohne jegliches Instrument einzusetzen. Darüber hinaus wurde geäußert, dass die Schüler von Uagadu in der Lage sind, Animagi zu werden, was besonders beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass in Großbritannien Leute nur sehr selten zu Animagi werden. Es ist nicht viel über die Uniformen der Schule bekannt und auch nicht, ob es ein Haussystem gibt. Als nächstes haben wir Bobaton. Die Bobaton Akademie der Magie wurde irgendwann im 13. Jahrhundert von einer unbekannten Hexe oder Zauberer gegründet. Die Schule befindet sich irgendwo in Südfrankreich und ist die Heimat von vielen Hexen und Zauberern vieler verschiedener Nationalitäten. Die Schule selbst soll von atemberaubender Schönheit und Natur sein und verfügt über majestätische Gärten und einen magischen Brunnen, dem heilende und verschönernde Eigenschaften nachgesagt werden. Du solltest schon ein wenig über Bobaton wissen, denn es wird in den Harry Potter Büchern erwähnt, vor allem im Feuerkelch, wo sie im trimagischen Turnier gegen Hogwarts und Durmstrang antreten. Wir kennen auch die Schüler ziemlich gut, denn zum Beispiel Fleur de la Cour ist auch eine wiederkehrende Figur, die diese Schule besucht hat. Die Schuluniform von Bobaton besteht aus hellblauen Roben aus feiner Seide und einem hellblauen Hut und die derzeitige Schulleiterin von Bobaton ist niemand anderes als Madame Maxime. Sie ist auch bekannt als Hagrids Geliebte, eine Halbriesenhexe, die ein gutes Verhältnis zu den Schülern zu haben scheint. Und als letztes haben wir natürlich Hogwarts. Hogwarts solltest du wahrscheinlich kennen, wenn du dich auch nur ein klein wenig mit Harry Potter befasst hast. Hogwarts wurde irgendwann im 10. Jahrhundert gegründet. Sie wurde irgendwo im schottischen Hochland versteckt und gebaut, aber der genaue Ort wird nie genannt. Und das deshalb, weil das 10. Jahrhundert für Hexen und Zauberer eine sehr harte Zeit war. In dieser Zeit wurden Hexen und Zauberer tagtäglich von Muggeln verfolgt, da sie der Magie äußerst feindselig gegenüberstanden. Um das Personal, die Schüler und die Schule selbst weiter zu schützen, wurden zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen in Form von Zaubern getroffen, um die Schule natürlich noch besser vor Muggeln und Unbefugten zu verbergen. Hogwarts wurde gegründet, als sich im 10. Jahrhundert vier Hexen und Zauberer trafen und beschlossen, dass sie die beste Zauberschule der Welt gründen wollen. Diese Gründer waren Godric Gryffindor, Rovina Ravenclaw, Salazar Slytherin und Helga Hufflepuff. Und so wurde Hogwarts geboren. Der Name Hogwarts stammt eigentlich von der Gründerin Rovina Ravenclaw, die einen Traum hatte. Nachdem die Gründer die Schule gegründet hatten, beschlossen sie, dass jeder von ihnen ein eigenes Haus gründen und leiten würde, das die Schule repräsentieren sollte. Dieses Haussystem soll die Persönlichkeitseigenschaften der Gründer von Hogwarts für die jeweiligen Häuser widerspiegeln, die sie fördern wollen. Und wie es der Zufall wollte, legten die Gründer, obwohl sie eng befreundet waren, Wert auf sehr unterschiedliche Dinge, was zu einer recht interessanten und vielfältigen Gruppe von Schülern an der Schule führte. Die Gryffindor-Schüler verkörperten Tapferkeit und Ritterlichkeit, die Ravenclaw-Schüler Intelligenz und Verstand, Hufflepuff-Loyalität und Fairness und Slytherin die Werte der Verschlagenheit und Gerissenheit. Und das war es dann auch schon mit den Zauberschulen auf der Welt. Vielleicht werden wir die Informationen über andere Zauberschulen noch in der Zukunft erhalten, aber vielleicht auch nicht. Bis dahin war es das mit den Schulen. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Auch wenn du neue Videoideen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.